Was geht ab, liebe Freunde? Servus, YamanFamilies! Ich habe mich da einmal mit mir und zwar einmal mit Mein Manager, mein Team, mein Bruder, mein Kameramann, alles gut und gerade steht gerade hinter der Kamera erstmal. Servus Bruder, Schlag rein! Das war auf jeden Fall nachgebracht. Wir nehmen euch mal ein Projekt. Wir wollen die Kameras abschicken, Mikrofone abschicken, die wir jetzt mit jemandem haben, was vielleicht auch eventuell sagt, so und so weiter. Wir haben heute einen Scheißfaden. Regen, 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 es schüttelt, es ist krass. Wir wollen normalerweise heute das nächste Video drehen, wie auch ich würde sagen. Das kommt aber auf jeden Fall nämlich und deswegen lachen wir hier. Wir machen euch eigentlich einen Flur. Seid mich spannend, bleibt dran. Ja, Mann, ist die Skam. Wir sehen uns gleich im Auto. Bis zum Resort. Was geht ab, Leute? Wir sind jetzt bei mir im Auto. Wir fahren jetzt zum Mediamarkt und nehmen euch mal mit. Und schauen uns mal um, was wir für euch, beste Qualität, beste Marke, alles um unsrand ist, das ganze Zufall, was wir brauchen, holen können. Und wir können dann auch mal ein Feedback halt angeben, ob es uns gefallen hat oder nicht. Und diejenigen, die es halt kaufen möchten, können auch gerne natürlich unter unserem Link unten auf dem Bio dann einfach drauf gehen und kaufen. Soll ich immer noch sagen, wer hinter der Kamera ist oder soll ich nicht sagen, Bruder? Nicht. Okay. Freust du dich drauf? Okay. Wohin gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt Mediamarkt oder Konrad? Wenn du einmal so machst, Mediamarkt. Wenn du zweimal so machst, Konrad. Okay, Mediamarkt. Alles klar. Dann würden wir sagen, wir legen jetzt los und fahren erstmal Richtung Tankstelle. Weil wir noch tanken müssen. Ja, Red Bull, dies, das, am Start. Und dann sehen wir uns bald im Mediamarkt. Ja, Mann, nicht vergessen. Schön Support, 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 Support. Bam, 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 bam. Entschuldigung. INTちゃINA Ja, Mann, ja, Mann. Ja. so was geht ab leute wir sind jetzt gerade angekommen wir versuchen auch ein paar zähne aufzunehmen auf jeden fall und falls ihr nicht aufnehmen können seid uns bitte nicht sauer wir geben unser bestes wir versuchen wirklich aufzunehmen das zeige denn die machen uns probleme oder so dann müssen wir natürlich kacken aber wir sind schon direkt da und ja ich bin gerade aufgeregt nehmen wir kurz auf jawohl das ist unsere mediamarkt mannheim nekarao malo straße glaube ich wenn ich mich nicht täusche und zwar ich würde mal sagen wir machen nicht lang rum ich bin voll mein kapi mach mich ready und let's go so 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 liebe freunde also wir sind jetzt gerade von mediamarkt raus fahren zu richtung mein bruder dem wird ihr jetzt bald kennenlernen er hat einen neuen dönerladen aufgemacht der existiert schon seit paar wochen und ich probiere jetzt erstmal seinen döner weil ihr wisst ja auch bescheid ich bin ein würdiger monomer ich bin hier geboren aufgewachsen ich lebe hier ich habe mehrere dönerladen hier besucht ganz ehrlich bis jetzt war ich nur mit einem zufrieden es ist aber mir zu wenig hilfspersönlich und deswegen besuche ich jetzt mein bruder mein ein und alles ja mal sehen was er drauf hat am döner also liebe freunde bleibt gespannt und schaut mal wo wir gleich hingehen peace out wir sind raus japan hey was geht auch liebe freunde servus mama ich bin euer jaman auf jeden fall wir sind für heute mit unser blog fertig und werden auch wahrscheinlich die tage hochladen auf jeden fall wir haben mal jetzt gedacht weil wir hunger haben wir suchen uns unseren freund natürlich der newcomer von mannheim berlin-döner liebe freunde ich zeig euch nur eins das ist das beste was geht wirklich kein scherz das hat qualität das schmeckt geil ich habe mehrere döner hier in mannheim selbst ausprobiert ich habe selber ausnahmen wie ihr ja wisst und ganz ehrlich so einen döner habe ich noch hier in mannheim noch nie kein scherz das könnt ihr gerne mal vorbeikommen unten in den kommentaren diejenigen die schon hier waren bitte kommentieren und ein like mal hoch geben wenn es euch gefallen hat die glocke aktivieren abonniert uns nicht vergessen bleibt immer dran peace out wir sind raus ciao ciao ein Hi was geht ab liebe Freunde ich würde sagen ich rede nicht viel wir legen jetzt los ich mache euch mal bekannt erstens mit meinem Freund Bruder wie geht es mir immer gut wie heißt du? Erno Kuro-Ottl ist mein Name ich bin in Berlin geboren aufgewachsen seit 7 Jahren Monema oder Monema Monema oder Monema was ist besser? Mannheimer also Jungs ihr wisst ja bescheid kommt aus Berlin jetzt gehört er aber zu uns Monem ja erstmal hättest du Glück mich Bruder ich muss dir eins sagen und gestehen Bruder dein Döner wirklich kein Scherz Ich habe oft Döner gegessen egal wo auch an der Stelle an alle anderen Freunde von mir viele Grüße aber sein Döner schmeckt wirklich richtig geil ich weiß nicht was er hat jetzt fragen wir ihn mal ja was ist so besonders was ist denn so besonders? mein Döner hat Nikotin Nikotin ja doch das macht süchtig auf jeden Fall ich bin schon der Erste der wo süchtig ist ja ähm also das ist jetzt so dass unser Döner also unser Fleisch erstmal sehr speziell hergestellt wird das heißt also viele fragen warum ist das so lecker und was ist Berlin Döner und etc und bei uns ist das besondere dass unser Fleisch aus über 90% Kalbsfleisch ist und von der Gewürzmischung her sich von anderen immer sehr gut unterscheiden und das ist von 2 ist unsere Soßen unsere Soßen ist erstmal ganz anders also ganz anders auch hergestellt wir haben ja die Knoblauchsoße Kräutersoße vielleicht viele nennen es Kräutersoße aber es sind keine sind keine genau und deswegen haben wir uns da uns sehr viel konzentriert das am besten zu machen und waren auch sehr viel unterwegs deswegen und dann haben wir so ein Konzept gemacht dass wir quasi das zwischen einem Fladenbruch erstmal probieren und das erstmal den Manaimaren tauschen und dann erstmal gucken wie das geht ob das überhaupt von dem Manaimaren gemocht werden würde oder nicht deswegen haben wir das jetzt gemacht und ja was für Spezialitäten habt ihr denn eigentlich? es gibt hier so Zigarabörex es gibt zum Beispiel Dönerbox und so weiter ja ja eigentlich da kann ich jetzt sagen wir haben eigentlich den Standard Döner wir haben den Döner groß wir haben Dürung wir haben Darmajun was uns noch ein bisschen spezieller macht ist dass wir gerade dabei sind vom Dönerbox und auch Desserts weiterzuentwickeln das heißt in Zukunft wird jetzt ein Dessert noch reinkommen das heißt auf türkisch Katmer Katmer was ist Katmer um genauer zu sagen das ist quasi durch Teig normalerweise ganz normale Promis drin aber wir versuchen jetzt mit anderen Promisarten und unserem Fleisch und Soßen was ganz anderes raus zu bringen das läuft auch sehr gut und wenn ich mal Frank davon herstelle warum Berlin Döner was ist so in Mannheim anders und in Berlin anders du kommst ja von Berlin genau und von wo genau? Berlin Kreuzberg Kreuzberg ja das kennen wir ja auch alle also äh ich muss auch ganz am Anfang gesagt haben unser Döner ist von der Produktion aus sehr sehr speziell tut die Döner selbst produzieren oder? teilweise ja ja also wir haben quasi die Gewürze schon hergestellt wir haben immer probiert, probiert wie das so am besten wirkt wir haben mehr qualitativo Fleisch genommen habe ich sehr gemerkt wirklich sehr schätzt schmeckt super das werde ich euch auch in Folge zeigen liebe Freunde auf jeden Fall und ja nachdem wir den besten Geschmack raus hatten haben wir gesagt okay jetzt brauchen wir eine Firma der das produziert und dann haben wir das gefunden jetzt lassen wir das produzieren mit unseren Gewürzen und mit ausgemacht Versuche und mit uns in den Flamen wirklich versuch und mit uns in den Flamen das ist halt was uns sehr sehr speziell macht und von uns also von den anderen haben wir uns sehr viel Bescheid und von uns kann man euch auch auf irgendwelchen Plattformen finden? ja natürlich also wir haben die Instagram Seite das ist Berlin Döner Mannheim allerdings Berlin da ist also unser Berlin Döner mit R nicht E sondern wenn man die halt googelt mit A, E und O, E muss ich sagen das ist der Wettstum also A und zwei Punkte obendrauf für die, die es nicht wissen liebe Freunde das kommt auch raus wenn man es googelt kommt drauf unsere Instagram Seite Facebook Seite haben wir und da informieren wir auch jeden was für Angebote wir mal haben wir liefern auch bald und wir entwickeln auch unser Konzept immer weiter also ich denke mal auf jeden Fall bisher lief alles gut die Monomer haben wir mögen das immer ohne Ende wir kommen aus Heidelberg aus Fehnheim aus Bohexer exakt hier Döner zu essen aus Frankfurt hatten wir Fahrleute raus das ist wirklich so weil du gehst in Fehnheim willst hier einen Döner holen du schaust aus dem Fenster rein oh sieht gut aus das ist auf einmal dann hast du immer am Ende immer so ein Fett und das kennen wir ja alle ich will jetzt hier paar Namen nicht nennen aber das fackt wird nicht ab liebe Freunde ich hoffe du bleibst immer hier das ist immer auch so ich würde nur sagen also liebe Freunde schaut euch diesen Logo an ja diesen Logo werdet ihr überall sehen demnächst in Zukunft egal wo diesen Logo werdet ihr überall sehen Berlin Döner Berlin Döner Hauptstadt Geschmack jawohl und so sieht es aus so bleibt es auch ansonsten wissen wir noch was los hat ich bedanke mich dass du hierher gekommen bist auf jeden Fall gerne immer wieder dass du bei mir warst immer wieder ich werde dich jeden Tag jetzt stören ab gehts an also immer dafür bin ich da auf jeden Fall das freut mich und ich würde mal sagen liebe Freunde wir machen hier Schluss wir machen hier Cut wir sind müde wir sind fertig wir waren wir haben heute viel irgendwie gearbeitet sagen wir mal jetzt ja wir arbeiten jetzt noch weiter meine Freunde und auf jeden Fall wir sehen uns bis die Tage Peace out und wir sind raus Ja man bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal pin Untertitelung des ZDF für funk, 2017